Hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 204 und herzlichen Dankeschön für die 60 Abonnenten, herzlichen Dank dafür, macht weiter so und ich freue mich auch so sehr darüber, über noch mehr Abonnenten, auf alle Fälle danke das ist uns gut Ubisoft oh, das ist natürlich mal Ubisoft Koch surname chir事 schOOF W realizar matster ins уп pig Я oft solve bes vers writers dictionary dudes okay ich finde sie auch nur so bescheuert so wenig Leben ich hoffe das wird hoffentlich mit meinem Lebensbeizenden mal wieder in Ordnung dass es dann alles hochgejagt wieder von dem ganzen Dreck dann wo man mal gucken gehen hier noch raus aha alter Vater Ich muss schon ein bisschen was tun hier. Okay. Ok Dann wollen wir mal hier Natürlich will ich das alles nicht schaffen, aber nicht zu schnell So Okay Dann schnappen wir uns jetzt die nächsten hier von und dann haben wir es auch So dann haben wir jetzt die nächsten von den Kultisten hier Mal gucken Inventar Mal gucken Hier Hier Wer ist echt schon cool, da hab ich das schon viel schon bekommen von Mal gucken Okay los geht's Mal gucken Mal gucken Mal gucken Ich geh mal kurz aufs Inventar Jetzt warte mal Gibt da irgendwas für die Legende Mal gucken 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 Bei den Füßen da unten. Hier schon. Oh ja, wei. Und zack. Das noch dazu. Ja. Natürlich will ich mich in eurem Kleidung. Natürlich. Ähm, guck ich mal was wir hier noch haben. Ähm, weil es natürlich so weit wie es ist und dann trotzdem noch mehr von den Hohen. Okay. Hm. Ne, ich lass mal kurz das Geld einsparen hier. Außer, warte mal. Ich will nur mal kurz was kaufen kann. Was kann ich für dich tun? Ich will und werde alle Waffen und alles was es gibt kaufen. Klar. Werde ich alles hier noch kaufen. Kein Problem. Und auch damit spielen noch alles erhöhen. Aber, ich will nur kurz gucken, ob man da was Legendäres kriegt. Hm, der Tank gerade leider nicht schade. Hm. Hm. Wie bei. Komm jederzeit wieder. Hm. Gut. Kann ich noch mal hier weiter. Ich kann mal gucken gehen. Hau ab. Ich meine es ernst. Okay. Hi. Okay. Oh, das tut mir ein sehr schön für euch. Nein, die guten. Hm. Nein, nicht heute. Dreh um und geh weg. Sie werden nach mir suchen. Ich muss vorsichtig sein. Oh, der Speer ist wirklich gut, finde ich. Ernsthaft, der Speer ist wirklich super. Hätte ich gerade nicht gedacht, dass der Speer wirklich so gut ist. Okay. 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 Hm. Ich entzünde das Leuchtfeuer. Ich entzünde das Leuchtfeuer. hat ja freundchen du entzündest hier nichts und todbestätigen so wo geht weit der weit ohne witz der sperr zurückgelevelt auch richtig hammer nice hätte ich jetzt nicht gedacht gerade eben so haben wir uns jetzt die nächsten hier unten nein heute der trinke gekündigt überhaupt gar keine chance gehabt gegen mich gerade eben dann hole ich mir jetzt den hier hat der sperr ist einfach zu gut geworden alter das gibt's doch nicht jetzt müssen hier schon ein paar materialien mit hier holen das ist auch gut so dass ich mir hier so viele materialien holt und natürlich will ich das mein ganzes leben wenn ich da schon habe auch wieder richtig voll kommen aufgelabelt werde ich dann wieder richtig dann ja mal richtig spielen kann hier das ist doch lang wird doof einfach okay dann schwimmen wir mal schon auf die andere inschein rüber das ist kein problem ist so gerade nur die benachbarte ins daher und noch einer von dem kult ist tot einfach nur hammer geil ich hoffe die scheiß rote linie in meinem leben geht hoffentlich wieder raus dass ich das komplette leben habe er ist so zu spielen ist doch bekloppt alter wie willst du es durchspielen das ist ein wunder wenn du es so durch schaffst das ist ein wunder guck mal das war vorher die ganze zeit nett ist so war alles komplett normal mit dem leben und dann nach der weile auf einmal wo ich dann eben wissen links bestimmten hinkommen werden auf einmal dazu hat es mir das deine rote linie rein gehauen ach davon ist ja schon der trottel ok warte ich gucke ob mir irgendwo da ist eine truhe ok gibt es irgendwo hier noch eine truhe gibt es irgendwo hier noch eine truhe zwei stück muss es hier geben eine habe ich noch eine muss ich geben ja ich habe sowieso mehr leben als die dreckigen hundeköpfe habe ich sowieso mehr dreckigen gucken was er macht wenn ich ihn gleich erwischt hm 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 ok erledigt wo er sich schon wieder rüber gekommen mit seiner accounts glauben alle wir sind so gut gerade hier drin und ich nehme auch mit meinem freund und noch mal ein bisschen was hä, wie schnell die gleich sterben, die Kultisten na also, warte, Inventar das ist auch wieder was legendärs, tauscht jetzt auch aus bei mir so, ging das hier, wow, das, wow, ernsthaft, das Teil sieht so geil aus, das, was ich hab, ist auch legendär so, perfekt, so, warte, dafür müssen wir eigentlich auch gekriegt haben, weil, nee, leider nicht, haben wir leider noch nichts gekriegt dafür, egal hierfür schon was, nee, auch nur, leider so, ich muss noch die Tränenpumpen mit, die noch mal die Tränenpumpen mit, die noch mal die Tränenpumpen, so hier gibt erst mal Ruhe von euch, hier gibt mal, erst mal ein bisschen Ruhe hier vorne in der Nacht die macht hier erst mal keine, gibt erst mal keinen Ruhe von euch so genial alter, wie ich hier gerade schon alle am abmoxen bin, so schnell vielleicht, das geht ja jetzt gerade, boah ok so hier hinten hier ok hmm 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 so so der ist schon mal erledigt oh, gleich zwei neue Balken dafür gekriegt, cool alter, wir sind echt gut drin, wir kriegen es langsam gut hin die alle hier auszulöschen ohne, dass ich hier einen Mucks von mir gebe hm ja ja, ja, guck du nur schon bist du totgewinst Genickbruch, Freundchen tja ja man sind wir gut, warte lass den Pinner ruhig hier rüber kommen, kein Problem ja das ja so ein bisschen ohne witze wir werden einfach nur weiter was willst du dann komm herr freundchen ja komm alter das ist nicht euer dreckiger ernst jetzt in den tag mhm 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 come on alter dämlicher scheißdreck alter wieder alles neu machen nur weil ich hier verreckt nun wird es so wenig Leben aber machen echt gut ohne Witz kein Problem ich muss mich entdeckt ne warte freundchen ja okay Inventar Das war's. Zudem komm ich dann gleich wieder rüber. Und dann wieder hoch. Schau ich nicht wie jede Karte war. Kannst liegen beim Junge. Auch du bist da nicht zack. So. So soweit waren wir vorhin auch schon wieder. Mal ein Inventar kurz. Mal schauen wie viele Pfeile ich noch habe. Ob ich da was auffüllen muss wieder. Ne passt eigentlich gerade schon wie es ist. So. O. Okay. Na Ar такие das ist super, das ist sehr gut Aha, da drüben ist der andere Schatz also Gut zu wissen, danke Okay Vorab Kleiner Trägerhund Da ist er Tschüss ihr blöden Fenner So Na warte Jaja, schön für dich Man geht spielen, Alter So Hm Hm Ciao, ciao Na warte Lauf, 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 lauf Alter Hm Hm, also So Jetzt Meine Güte, Alter So ein Verdammter Dreck, Alter Alter Ja, ihr Penner Ich bin schon wieder weg Hm So, dann schauen wir mal Äh Dann gehen wir mal hier hin So Und los geht's hier So 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 Dann ist noch so'n cool testen Peller Den hol ich mir jetzt auch noch weg hier Und dann geht's direkt hin auf die Tür Hä, gibt's da zweite was? Das ist jetzt kaputt Und Das ist jetzt kaputt Das ist jetzt kaputt Mhm Wenn ich den irgendwie hier wegkriegen könnte Was cool Hä, da kommt er Okay, ich bin weg Oh Och Heidet doch eure Ränder Ihr Penner Heidet eure dreckigen Mäuter Naja Hm Ja ja, schön für dich Kommt uns nicht Ja, sofort Was für sie, dass ich eigentlich nicht hin komme Hm Ihr dreckigen Mongos, Alter Cool Testenpack, Alter Was hast du? Berichte Hier ist niemand Das gefällt mir ganz und gar nicht Ich suche weiter Ne, ich suche ruhig weiter Solange wird ich euch alle abmerzen Mehr Murksen Und zwar alle heimlich hier Wenn ihr hierher kommt Ne, ich lass mich da erstmal jetzt nicht blicken Sonst Haben wir nämlich ein gewaltiges Problem Das war was ich gerade Ja, okay, ich wollte eigentlich ihn treffen Aber so ging es ja auch Weil Gut gemacht, Alexius Ich geh kurz runter Ich geh kurz runter Haha Ihr seid das so blöd Alter, seid ihr zu blöd zum Treffen oder was? Den Typ habe ich schon mal Oh, der lässt sich gut Ich muss abziehen Jetzt habe ich wenigstens hier den beiden da voll Dass ich das einsetzen kann Wenn was ist Hammer genial Mhm Ja, ja, ja Wuselt ihr nur da unten mal rum, ihr Penner Mhm Mhm Okay Okay Also nicht Dicht Ach, komm hoch Jetzt, da halt ich mal ein bisschen Komm schon, Alexius Ich guck mir hier Noch so ein Kultistenpack erledigt Jetzt geh ich runter So Das war's Damit ist noch so ein Kultist erledigt Kja Hm Das denkst du dir Und noch einer hier Hey, hey, hey Hey, hey Tja Ach, bist du dir sicher? Das muss ja auch nicht ewig ran Ich lösche ich Gollum ein nach dem anderen hier aus Und dann Hm Da werden Kollegen von euch so gut gemerkt Hm Hm Ich muss den Todmacher noch gleich bestätigen, das kann ich nicht machen Und dann wie die da unten alle rum bußeln die Panne Und wenigstens ging es schnell Ja, hier Hier Ihr verdammten Mist geworden,ER Hier Mit eurem Scheiß giftfall verpisst euch Ja, ja Jawoll es speichert Jetzt ist der wenigstens unten schon mal zu ah ja wohl neues leben perfekt das nenne ich mal super ja will ich hier gerne machen aber kann ich gerade nicht weil die mich gerade so auf den tisch gehen gerade merkst du es nicht naja wuschelt ihr nur da unten rum aber das macht sie nicht mehr lange ich musste mir alle einzeln so wegholen gerade mal das ist einfach nicht aber ohne witz so zu spielen macht es aber auch gar keinen spaß nämlich mal richtigen nachkämpfe übergehen kannst du nur ein balken das ist ja auch so selten bescheuert gerade ich weiß nicht warum es überhaupt so ist geworden ist hier so eine scheiß verfickte rote linie sich so eine scheiß verfickte rote linie hier reingekriegt habe ich will diese scheiß rote linie wieder rauskriegen kommt ich kann dir noch nicht den tod bestätigen geht nicht ich warte mal bis der weiter weg ist der da hinten weil wer geht mir gerade nur auf den pist gerade vergesse 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 ich gewüsseln um 245 was noch fünf stück muss in der rum die krieg ich weg die fünf er kann sich bald im nevada wiedersehen der typ noch ein abgebucht ich möchte noch eine zufriedigung auf die runde schreien oder das gerade du sollst nicht da reingehen du sollst da hochklären freund danke jetzt haben wir noch drei ja klar wie genug von nein die das nicht schön ruhe ich lasse mich alle mal schön in ruhe okay perfekt drei neue beiden und ja cool also ihr könnt auch nicht richtig werfen kann das sein ihr seid auch zu blöd zum werfen okay blödheit lässt größen okay dann haben wir noch hier 23 da habe ich noch wenn die dann weg sind dann habe ich ja nur noch die dreien dann fertig hat die dezimieren sich langsam auf die tun sich langsam alle die zimt die perna mein freund ist ziemlich langsam das weißt du schon ich habe gesehen wie ich langsam dezimieren tut ja ja renn du ruhig in die falsche richtung du penner ja da ist ja auch wirklich ihr seid sowieso nur noch zu zweit was willst du du kann erst mal typischer rückzug damit ja 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 der ausgangssprung war gut so noch ein attentat dann habe ich ihn einmal noch dann habe ich ihn er meinen auch hier in kommen zu können aber nicht mit mir komm her mein freund komm nur her ja ja auf nur kommen wir auf du nur muss scheiß zölner kommt auf du blöd dreck schuldner das war ich tot so damit bleibt mir gerade nur noch einer den hole ich mir oben mit luftattentat jetzt runter oder weg hier hinten freundchen komm ruhig her komm ruhig ein bisschen näher mein freund ja würde ich gern machen aber ich muss mal die nutzen den letzten hier erstmal loswerden ich werde euch alle so nie das und schau tja keine chance ja 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 so ist es wohl dadurch noch ein solcher ausgelöscht passt gut gut 37 33 trifft dich mit mirin und Prasidas ähm die entscheidende Königin von Sparta das machen wir jetzt als nächstes ok ok mal loslegen gehen oh man noch so einer noch so ein scheiß dreckiger hundekopf hier da war doch jemand 34 ok ne ne war keiner also geh ruhig weiter hier ist nichts mehr tja rennen kann ich schon aber kämpfen kann ich auch hast du ja grad gesehen ja 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 ein moment ich bin gleich wieder zurück gibt mir mal kurz so hier bin ich jetzt wieder meine freunde nacht hier oh mh 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 ciao tja tone war schon bestätigt ok alles gut dann ist alles so wie es war perfekt war ich doch nicht mehr machen ich hab schon gedacht grad eben alter vater Warte mal, ich geh kurz hier hin Und danach dann da rüber Und den anderen machen wir auch noch frei So Jetzt 34 Ähm Könne ich's mir eigentlich gerade schnappen Noch hier Aber ich lauf erstmal hier entlang Wird das mal schnell den Ding erstmal Erhöhen Ja ja, schön fertig Mein Freund, schön Geh spielen, Junge Geh einfach spielen So Warte mal Gibt's doch was? Nee, gibt's nix, okay Hm Hm Ja, wo ist mir denn hier schon wieder hingedankt, Alter Das gibt's doch nicht Halter Vater Ja, ich will Okay Hm Boah, ist unter Wasser Das ist so n'n Dreck Hi Jetzt runter mit uns Ja, ich hier schnell den Weg Auch gleich noch den hier den Da ist den Ding freimachen Hier Den Äh Aussichtspunkt Danach gehe ich zu der nächsten Aufgabe Aber ich finde einfach nur genial Das ist so n'n hoch mit dir, Alexios, mein Freund So, hier, komm Ja, Junge Danke Aber ich will mal ein Stück aus meiner Pullen gehen Ah Hm Das Hafenviertel Haben wir jetzt auch noch hier Hafenviertel Ja, okay Und dann Wenn wir das jetzt dann haben, dann brauchen wir ja mal Zack, gleich hier rüber, war ich da auf die 33 33 33 Aufgabe davon Okay, wir wollen da Ab ins Wasser Hoch mit uns So Dann lauf los, Alexios, mein Freund Oh Mann Soll's nicht da hochklettern, Alter Soll's nicht da hochklettern, Alter Oh, nervt schnell, Alter Ciao Ich hau ab über die Dächer Tschüss Ihr Trottel So Mal gucken Ja, ja Der Audienztyp, der ist auch so eine kleine Mistgestalt Weil der glaubt auch wirklich Er wäre wirklich sicher Aber Keiner vergessen Erstmal ist es echt möglich, weil Ich reite mal schnell mit meinem Felsen hier Sitz auf Gut Ich hoffe, diese scheiß rohle Linie geht bald raus aus meinem Dingsens Flip hier endgültig aus, weil ich will Enki wieder mein volles Leben haben Und jetzt hier Genau Und jetzt jedes Mal wegen einer scheiß Drecks Kleinigkeit hier drauf zu Ja, komm, verarscht mich doch Und jetzt wegen dieser kleinen Drecks Kleinigkeit hier drauf zu gehen Ja, Klappe Ich will nicht gegen euch kämpfen, hau ab Ja, schön für dich Ach, geht doch Und häng jetzt überall hier fest, Alter Ja, ja, ja Ich schlag dich gleich zu, wenn du nicht aufpasst Na, ich bin ja mal nicht so froh, lau damit So, ciao Ja, spring doch, Alter Mann Ich hasse das manchmal so, wenn ich drin drücke Und es geschieht nichts, das hasse ich so Jetzt Den Rest laufen wir jetzt wenigstens wieder Okay Dort Endlich sehe ich Martha und Rasi das wieder Okay Und dann los geht's Halt Ich muss jetzt erstmal hingehen Das nochmal hier So Hm So Unnormal eigentlich Das ist nicht wahr, ey Jetzt erstmal schnell wieder hochklären Und gucken wir uns mal an Was ist jetzt Ja Ja, Alter Stell dich doch nicht so an, als ob du es nicht könntest, meine Güte Du stellst dich manchmal echt an, ey Ohne Witz, du stellst dich manchmal echt an, der letzte Mensch Als ob du gar nichts kannst Wer bist du? Ich? Ein Niemand Doch du Du bist sogar göttlicher als Brasidas, die ich beschrieben hat Hier sollte eine Statue von dir stehen Brasidas? Was hat er mit all dem zu tun? Krieger, sagte er Such nach dem mächtigen Krieger mit dem zerbrochenen Speer Das göttlich ist von mir Das göttlich ist von mir Okay, das ist hier jetzt auch Ah, ich hab jetzt immer ans Mikrofon zu kommen, du blödscheiß Drecks Mikrofongeräusch Wenn er zu kommen Okay, ich bin nur an Ja, ich bin Brasidas erkennt ein Krieger, wenn er einen sieht Meine Taten würden jede Statue überdauern Das stimmt Dein Ruhm sollte auf jedem Gipfel besungen werden In Arkadien bist du schon eine Legende Wo ist Brasidas? Ich muss ihn sprechen Sicher musst du das Und die Frau, mit der willst du auch sprechen, ja? Moment Ist ihr sehr ähnlich? Sag mir, wo sie hin sind Das sollte ich Dafür hat mich Brasidas immerhin bezahlt Warum tust du es nicht? Er hat nicht genug bezahlt Ah, was willst du rufen, Alter? Ah ja Klar Ey, wie bist du mit dem Ausweichen eigentlich, Alter? Wie weichst du aus, Alter? Bist du dumm? Bist du eigentlich dumm? Das glaube ich manchmal wirklich, dass der dumm ist Dass der zu blöd zum Ausweichen ist Ernsthaft Manchmal glaube ich es wirklich, dass der zu dumm ist Manchmal glaube ich es wirklich, dass der dumm ist Soll ich ausweichen Ja, ja Halt doch deine Fresse einfach Ey Vorsicht Niemand darf mich sehen Hier dreckig Ein kleines Ich hoffe, du hast eine Mütze Die Fährmann Klar Komm mir doch wieder so Du Vollidiot Ich mach gleich dein Leben kaputt hier mit, Alter Du wirst dich gleich nicht mehr werden, Junge Warte Nein Gut, dann beende ich jetzt hier den Part Wir sehen uns im nächsten Part Wieder euer Naruto Und zur Sexlast Schreibt mir in die Kommentare Abonniert meinen Kanal Da hab ich mich sehr drüber freuen Danke, bis gleich